hallo meine kleinen zombies um herr news time zu zitieren die ereignisse überschlagen sich jetzt habe ich gerade den vlog hochgeladen und dann klingelt der postbote und bringt mir post von meiner lieben sabrina san von meinem kleinen baumkuchen ja ich habe hier auch noch was für dich liegen ich muss sehen weil ich die muße habe es zur post zu bringen du verstehst mich so auf jeden fall kam das haben wir jetzt gesehen wünsche euch noch einen schönen tag bis dann da habe ich ja schon auspacken egal jetzt packe ich einfach aus und ich hatte noch post gekriegt von der lieben brianna aber das darf ich erst an weihnachten auspacken also warte ich so lange und hier so eine süße schwarze katze ja schnitt nur die sitzt hier und erwartet irgendwas spektakuläres voll die für die vom tisch mäuschen wird dann wackelt doch die die kugel hier nebenan ich habe ja hier meine weihnachtskugeln bin ich ja noch am malen bla 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 so ich lese mir das jetzt durch danke schön hier und das ist mir ja direkt schon ins auge gestochen da ist so eine richtige schöne to do liste hier mit so viel habe ich jetzt aber auch nicht zu tun aber naja man kann also auf jeden fall sehr viel hinschreiben und abhaken tiny tammy da hattest du doch was in deinem hol gezeigt na voll süß wie bock ich die mietze einfach gucken dann die passende karte das ist dankeschön mein kleiner baumkuchen auch amy hier und ihr mein schatz so aber hier ist ja noch mehr drin in so einer kleinen klappertüt sehr schön nicht zugeklebt kann ich also weiter benutzen die habe ich doch auch in deinem hol gesehen das waren die doch oder ich habe schon spekuliert ne weil du da so viele von bestellt hast so süß richtig schön ich weiß jetzt nicht ob es sticky nöds sind ich glaube es sind sticky nöds oder memo zettel i donno das kümmern einfach ganz einfach es sind sticky nöds dankeschön und hier haben wir noch eine schöne tüten sammeln mehrere sachen drin hier mein washi washi oh mein gott oh mein gott oh mein gott ist das niedlich eine teetasse do not katzendöner warum habe ich hier ein krümel hängen jetzt spulen alle zurück und gucken ob ich da ein krümel hängen habe voll süß dankeschön ja ich liebe washi tape so cute danke danke ach so die tüte ist ja noch gar nicht leer ich mach schon die nächste nee voll der gierlappen das scheinen flatbags cabochon etc ja die habe ich auch gesehen in deinem video ach da sage ich immer wieder mann bin ich froh dich zu kennen so niedlich oh mein gott ist das so oder nee das war nebelig wegen meiner hand wahrscheinlich angst schweiß total süß oh mein gott es ist so niedlich dankeschön danke 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 ist so cute das ist jetzt für ein geräusch sorry ah da bin ich panne ah noch ein cinema rollsticki nöds ach der kleine bär so süß ich mag dieses muster ach das ist so schön danke so zwei tüten haben wir noch ich habe immer angst dass es klingelt jetzt weil ich warte noch auf was für my man von amazon ja und die klingel ach die ist so laut wirklich so also wir haben hier noch eine tüte es scheint ein block zu sein fühlt sich zumindest so an sieht auch so aus oh momente was ist denn da alles drin ich gucke mal eben rein oh mein gott moment ich bin gerade ein bisschen erfordert hier eine geist katze der blöchse oh squishy voll viel richtig viel und der ist ja mal der knaller habe ich den auch bei dir gesehen ich glaube schon oder boah ist der schön ach der hat ja sogar ein gesicht der regenbogen ach süß ach ist das niedlich auch von tiny tammy ach der frosch im hals ist so süß eine wolke mit regenschirm das ist einfach genial auf so eine idee muss man erstmal kommen voll süß ach danke mein kleiner baumkuchen so jetzt haben wir hier noch eine tüte da hast du ja dich was basteln angeht richtig verausgabt nur für mich dankeschön du weißt ich zanke gerne mit dir das weißt du ja alles nicht ernst und böse gemeint hat der mc hammer hosen an oder was diese puf hosen püsch hosen doch oder ja ich habe dich schon bewundert die karte in deinem hall ist es so süß oh mein gott ging garium die um ging gar die um die wioser sorry steht nichts drauf nein aber es ist auch von tiny tammy total süß ach du meine güte das ist echt so so eine fluffige fluffkarte katze oh mein gott ich weiß nicht warum ich so vielleicht habe ich zu viel lack eingeatmet ich weiß es auch nicht ihr wisst doch was ich meine so wie das war es schon mehr nicht hm magst du mich nicht mehr nein quatsch ist gut ach sabrina ist dann vier vier stöcke oh mein gott das ist verrückt ja dafür dass wir uns zu weihnachten ja eigentlich so gar nichts schenken wollten hm und ich hier trotzdem noch was für dich liegen habe aber das hattest du dir ja gewünscht und es ist do it yourself und ich habe dafür keinen cent ausgegeben also ja du weißt ja was es ist ne hat auch was mit cinema roll zu tun äh total süß die blöcke ne das washi tat ich liebe ist und diese hm so süß es ist so niedlich dankeschön sabrina san mein kleiner baumkuchen du stehst wieder überall im regal jeder kann dich jetzt kaufen wie eine piep von wish jeder kann dich jetzt einfach kaufen so ihr süßen ja ich hoffe das video hat euch gefallen dir auch meine kleine meine kleine baumkuchen und ja wir sehen uns dann im nächsten video wieder bis dahin ihr süßen tschüss bis dahin